Check that out, will ya? Ich hab grad ne richtig abgefahrene Idee Ja, und da brauch ich hier die Kiste Yay, wer von euch ist wohl schon drauf gekommen? Was kann ich mir wohl so absolut krankes überlegt haben? Ja, ich guck erstmal nach, ob es irgendwie weiter hoch geht Na, Moment mal Ich muss da hinten hin Und hier war ich schon Okay Für einen Einweg an die Oberfläche Klar, die Kiste muss auch nicht stehen bleiben Yay! Wachen verarscht Das macht irgendwie Spaß Ach gut, ist für die Kiste zuständig Kacke Merken, die Kiste ist auch in so einer Art Blockadensystem So, Frischluft Ich sollte drei Wachen im Giftgas töten Okay, damit hab ich eine Na, kack, die war gar nicht im Giftgas Ah, ich kann ja auch noch verstecken Also das mit dem Luftholen zwischendurch Finde ich auch richtig nett gemacht Okay Also mit dem Kistenreiten haben wir jetzt schon mehr hinbekommen Okay, ich kann ja auch mal Wow! Moment mal, ich möchte was ausprobieren Ob ich meine eigene Errungenschaft fertig machen kann Weil der ist jetzt in gewisser Weise Im Giftgas Ne, zählt aber nicht Ne, so schnell kann ich nicht wechseln Oh Gott, oh Gott, oh Gott Na komm, greif endlich Na oben Okay, das muss ich nochmal machen Ich muss da schneller hoch Um mich an der Kiste festzuhalten Warum habe ich nur 1300 Punkte? Wo sind alle meine Punkte hin? Ich dachte, ich hätte mehr Wobei, wovon denn? Ich habe bisher überhaupt noch nichts gemacht So, da ich ja jetzt weiß, was hier auf mich zukommt Boah, ich kriege halt richtig Hunger Das ist kacke, ich kriege halt Hunger Na gut, jetzt haben wir auch schon kurz vor sieben Ich hasse es So 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 So. Schnellmoment Nicht so schnell Gut Das werde ich dann immer mitmachen Welcher Penner ruft jetzt bei Skype an Wobei ich daran gedacht habe, Skype auf offline zu schalten Ach, super Drachen, Virensack und Betäufels ruft an Das ist gar nicht so ein Gruppenanruf Mit einem Let's Play so ein Gruppenanruf Welcher Penner hat das gemacht? Na gut, ich bin hier in Steam im Online-Modus Aber jetzt mal ehrlich Weil ihr mich in Steam zocken seht Jetzt hier so einen Scheiß zu machen Nehmen wir ehrlich, Jungs Das ist voll unfair Jetzt mal ehrlich, das ist wirklich kacke Ich weiß, ich bin auch ein großes Arschloch Wenn es hier drum geht Hey, hallo Ich ärgere euch immer in euren Let's Plays Aber mal ehrlich, das war jetzt wirklich unter aller Sau Das war jetzt echt wirklich unter aller Sau Meine Fresse, ne Neue Ziel, erreiche die Oberfläche Okay, ich habe bisher nur Reiter auf den Kisten Und ein paar Punkte Großartig was geschafft habe ich noch nicht Hey, ich habe einen Weg raus Es ist gerade nach der nächsten Runde Aber es gibt eine russische Gute, die wegschlösen die Weg Es gibt eine Weg, es aus deiner Seite zu öffnen Aber seid bereit Wenn der Racket beginnt, wird jeder Garten hier runtergehen Naja, ich habe fünf Punkte Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich irgendwas viel verbrauchen Daher Unterhalb des alten Tores Okay, ich bin hier in Leichtwacht Ach so, ich muss hoch Ich muss hoch Ich bin hier in Leichtwacht Ich bin hier in Leichtwacht Ah, wie jego ich bin? Sind wir hoveren? Ach so Irgendwie habe ich gerade ein ganz ungutes Gefühl. Fuck! So, Nummer 1 ist weg. Und wir haben jetzt auch ein Hängaufmännchen. Und wenn er es sieht? Oh nein, Hund! Fuck! Okay, der Hund macht es echt scheiße schwer. Fuck! Die Wand an! Ah, scheiße! Okay, damit haben wir auf jeden Fall eine wache Angst eingejagt. Und somit haben wir leider auch einen kleinen Bonus. Ah, kacke! Kack! Oh! 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 Vielen Dank.